So, die Aufnahme startet und wir kommen zurück zu einer weiteren Folge von TOWER. Die hatten einen Unfall. Äh, TOWER FANTASY. Geil! Geil sind Bikinis und einen Swimmingpool! Hm, die sieht ja süß aus. Ähm, ich habe dieses Gebiet zwar noch nicht erkundet, aber, hey... Lässt sich in dem Fall einrichten. Warte mal kurz. Wir wechseln mal kurz den hier. Äh, ach ja, die ist mit dem Konfigurieren. Da war ja noch was. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich frage mich, warum man hier nicht teleportieren kann. Vielleicht weil ich das da noch nicht äh... ...aktiviert hab. Ich weiß nicht. Oder muss man in so einer Telefonzelle sein, um zu teleportieren? Weiß ich noch nicht. Weil ich hab sonst schon mal grad das Taxi genommen, um mich von A nach B zu... ...porten, sag ich jetzt mal dazu. So, ich nehm wieder das. Ähm... ...so, damit... ...das auch zufrieden ist... Jetzt muss ich gucken. Wohin muss ich nochmal? Nein. So. 94 Meter in die Richtung. Wir müssen zu Lloyd. Moin. Stimmt ja, wir sind ja mit Nola unterwegs. Äh, Nola. Die mit den Riesen-Bubas. Für ein Foto. Ehe ich mich versau, wurde ich zur Zeit... äh, zur Seite gezogen und irgendwas. Ah ja, Geschäftsgeheimnis also. Lloyd formuliert eine Weile an einem, äh... ...spirrigen Terminal, äh... ...ja, irgendwie sowas. Äh, ja. Irgendwie sowas. Also, wohin müssen wir jetzt? Aurora Express... äh... ...Experiment-Zentrum. Mal gucken, ob wir hinreiten können. Ich habe nämlich wieder auf mein Einhorn gewechselt. Hrrrrrrrrrrrrrrrrrn. Damit ist man gefühlt schneller als mit diesem... ...Evangelion-Boot. ...Evangelion-Boot. Äh... Ja. ... 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 Schicksal. Oh, ah. Shit. Irgendwas mit Personal, Personal, Personal und Personal, Aachen wusstet ja schon Personal. So jetzt müssen wir eins weiter wie es aussieht. Also mal gucken, dass uns niemand erwischt. Wir könnten bestätigen, dass diese verschlüsselte Datei das Ziel von irgendwas ist. Huch, hallo. Ich hätte, dass wir die nicht einfach ummähen können. Mit großen Anstrengungen hast du endlich den Eingang zum 26 Stock erreicht. Oh, was ist das? Oh, was ist das noch ein paar Mal? Oh, ich bin noch ein paar Mal. Ich werde mich nicht bewegen. Ich werde das nicht so schnell. Okay, das ist alles fertig. Das ist dann auch die Aurora. Das ist so, nach oben. Ich habe es geschafft. Ich habe es endlich gesehen. Das war's für heute. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ist das? So kackt. Oh, plocky. Vielen Dank. Tja, na dann, finde die Daten irgendwas, Singularität. Es sind aber viele Rombos gewesen. Es ist so schön. Boss Fight Boss Fight Boss Sorry Nein! Geh! 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 Explosionen über Explosionen und ähm... irgendwas... Geh! 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 Sind das Nola und Anka? Und wer ist Sieg? Und wer ist das jetzt? Ach, das ist diese eine, die im Hintergrund geredet hat. Ähm, keine Masken mehr? Na ja, ich bin auf andere Weise verblüfft. Haha. Ich verstehe, das war also diese Kaufvolksdame. Hat eine süße Stimme und auch ein süßes Aussehen und irgendwie so ein bisschen, wie heißt es? Äh, Gothic-Style. Äh, ich muss Nase putzen hierbei, sorry. Warum macht die DT-Pose? Ich glaube, die hängt ein bisschen da im Hintergrund. Äh, so jetzt aber. Aufhören. Ich glaube, die rote. Hm? Ich glaube, die rote. Ich glaube, die rote. Die rote. Die will ich schon. Hehe. Hehehe. Äh, ist nicht so. Aber ja, ich überlasse die Dior. Währenddessen. Was ist denn das für ein Captain Morgan? Und ist das jetzt nicht dieser Final Boss? Lucius. Der kommt gleich mal mit einer Handkanone. Der hat eine komische Synchro-Stimme. Der hat eine Komische Synchro-Stimme. Und da ist die Spwise kurz weg gewesen. Oh, die werden beobachtet. Von Rosalyn wahrscheinlich. Gut, und da haben wir die Sequenz auch hinter uns. So, jetzt können wir... Gehe zur Arche. Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich switch mich wieder rüber zu... zur zweiten Welt. Dann sage ich Tyskowski. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.